hallo und herzlich willkommen zu einem let's show zu dragodia einem modpack für einen rundspiel server wir machen hier ein bisschen rundspiel und schauen die welt an wir haben ja sehr viele mods drin die rundspiel und ja bauten beherbergen dimensionen viele blöcke wie sieht man hier 30 fenster voller blöcke waffen essen und so weiter also sehr umfangreich magie ist auch ein bisschen drin und so weiter und ja wir müssen jetzt hier überleben weil es gibt manche sachen die extrem schwer sind jetzt zum beispiel hier ein schwert jetzt haben wir da links noch einen fenster wo wir etwas drauf haben zum beispiel critical hit lifestyle okay und mehrere bücher einen heiz sauber gut mache ich den auf die 3 auf die 7 und dann kommen ein bisschen kennenlernen hier sieht man schon die neuen blöcke es gibt noch nicht nur stein und dieurid granit und so sachen sondern recht viele ärzte hauskräfte ist drin damit wir mehr essen können und tinkes construct wie wir unten rechts seht und eben so ein level mod der ist meinen slash und der macht zum beispiel eisenfeiertrachen extrem stark also die muss man leider ausweichen deshalb muss ich leider hier sehe hier unten der balken nicht gut gehen rule mob grieving weiß machen und auch für einen tick wegen den flammen ok machen wir noch keep immer treuer ansonsten bin ich dann wirklich ein bisschen depri wie wir in dem ersten unfairen tod so zu genau weil ja das ist das modpack ist noch nicht so getestet worden das machen wir jetzt selber also ich als einer der drei modpack zusammensteller ja teste ersetzt die anderen haben nicht so viel zeit oder lust und deshalb mache ich das während dem let's show ein bisschen ihr könnt gerne ein bisschen feedback sagen weil wenn ihr das auf dem server haben dann müssen wir natürlich schon schauen dass zum beispiel die welten da nicht kaputt gehen wenn wir ein paar mods rauswerfen ein paar mods wieder einfügen deshalb einfach so ein test es ist nur ein test dass er es kann nicht so interessant sein oder fair oder spaß machen zuzuschauen aber ja ihr dürft gerne ein bisschen überspuren und dürft gerne das wieder auch abstellen wenn es euch nicht gefällt oder ja keine ahnung gibt ja viele youtube die relativ wenig schauen ein video aber ja ich bin natürlich nicht so abhängig große youtube und deshalb einfach mal kurz ein bisschen ja die sachen auch ist menschlich machen wissen ja ich mit einbeziehen beim testen und so weiter wieso nicht ich habe ja zeit also so wir müssen natürlich überleben wir machen rollenspiel und deshalb müssen wir kurz mal fackeln machen und kurz fackeln gemacht haben blumen gefunden ok das leben findet einen weg sehr interessant so direkt natürlich unsere schöne steinspitzhacken die uns so lange begleitet ok die holzspitzhacken noch weniger klar aber ich finde irgendwie so die erz verteilung ist sehr gut gemacht ist wahrscheinlich tinkes construct das ein bisschen mehr eisen oben spawnt und ja also ist einfach ein bisschen angenehmer macht am anfang aber man muss eine höhle finden und dabei umso plan dieses meistens was einfach das zeugs macht dass es weniger höhlen gibt an der oberfläche also ok kann ich da einen ofen machen aus verschiedenen steinen ok ja danke aber dass ich gut verteilen so jetzt habe ich auch von einem stein wir machen natürlich schon ein bisschen vorwärts wollen ja noch mehr rundspiel machen und weniger survival also ich habe auf dem server ein bisschen gespielt und es gibt noch lecks also wir müssen natürlich noch boosten mehr ram geben mehr cpu geben aber das wird von xcarus geleitet der hat weniger zeit aber er kennt sich aus und er hat einen server der wirklich kaum oder nichts kostet pro monat und ja mal schauen wie es so läuft es ist test kann in den ersten paar wochen oder so einfach nicht so gut klappen mit den mit der performance oder mit dem bonn sind oder so aber wir schauen natürlich das ist alles professionell verbessert wird und ja ok jetzt können wir gar nicht so viel ohne spiel machen sorry aber ich möchte auf jeden fall come is alive minecraft come is alive und den effer mod ein bisschen anschauen in diesem let's play das neue neffer also neue biome im neffer und eventuell noch ein paar jocobos oder so züchten aber es ist sehr grinding das können wir eher auf den server dann besser machen während dem live stream also in diesem let's show werde ich die tollen sachen zeigen die nicht so tollen werde ich dann einfach überspringen zwischen den videos kann auch noch nicht so gut schneiden genau das ist das epic or genau das nehmen wir schon mal mit ich glaube ich habe ein bisschen level irgendwie ein bisschen wenig sound plötzlich ich muss das ein bisschen lauter noch stehen mit es sind einfach die drachen und so die sehr laut sind muss einfach ein bisschen schauen dass mit dem sound alles stimmt ich weiß nicht was die effektiven sind und wir machen hier mal auf einfach damit uns die gegner nicht zu extremen schaden zufügen können anfangs und dann stellen wir hier auf normal ich bin eigentlich ein normales spiel so können wir das auch verbrennen können wir leider nicht verbrennen so nur kurz mal noch die fackeln mitten im westen damit wir ein paar mehr fackeln haben wir können ja auch immer ausrichten die kohle nehme ich jetzt mal nicht mit haben wir genug kohle ich mir aus genug und ja es könnte vielleicht auch noch mal ein bisschen lecken und sieht es leider nicht wie viel fps ich habe aber ungefähr 70 ab so micro ruckler könnten noch sein dass es noch nicht so optimiert manche mods sind einfach nicht gerade gut optimiert für ältere pc die neuen pc haben meistens sind natürlich schon gutes ding hamster maulwurf ok cool ja machen wir einen maulwurf und hamster zucht ja also in einem anderen video das unten in den kommentaren wahrscheinlich verlinkt wird wenn ich es nicht vergesse tue ich mal einfach das video verlinken was ja den server ein bisschen vorstellt das modpack ein bisschen vorstellt damit ihr auf dem laufenden sind der server geht einfach so bald wie möglich los und ja wird dann hat immer wieder mehr verbessert also die sache ist einfach ich möchte natürlich wieder mal eine roundspiel server aufmachen ich habe schon mehrere aufgemacht wo jetzt nicht immer so viel roundspiel gemacht wurde aber da können wir sowieso eine extra welt dann machen mit plantens und dort seid ihr dann auch ein bisschen verfrieden vor der free build welt und so sachen dass es wird nicht mehr so viel geredet dort und immer wenn ihr dann in der welt seid könnt ihr natürlich dort auch ja rund spielen und in der farmwelt müsste hat ein bisschen ja ausdauer haben und dort auch viel geredet wird wahrscheinlich müssen wir dann mal schauen wie wir das genau machen ok dankeschön liebes stoff dass du hier die hütten zugebaut hast sehr nett für einen rundspiel hilft einem sehr so ich bin halt einfach ein rundspiel live streamer ok alles zugebaut schön nichts drin oh aber ich liebe kommerser live die haben sie sind immer so lustig ja ja also der musste reinkommen weil wir müssen natürlich auch heiraten und so weiter also interact machen schock ok er hat es lustig gefunden scheinbar ich bin mir nicht so sicher so gut englisch kann ich leider nicht aber ja ms ist lustig hat er gesagt aber es ist lustig am schluss oh was ist mit den typen was hast du für augen hm na ich hab gar keine truhe und jetzt werden wir von monstern angegriffen hm ich muss irgendwie etwas wolle finden oder so was ist das eine sonnenblume äh eine sonnenblume ok hm ok hier haben wir kühe also der mod armenia macht alles ein bisschen schwieriger weil die tier jetzt nicht mehr überall spawnen sondern eigentlich pro biom eine tierrasse ist vielleicht kann man sie auch zusammen züchten und dann kommt einfach ein zufälliges tier oder ein mischtier raus und mischt sucht ja ich habe einfach eine normale zucht aber ähm ja es ist halt schwer jetzt gerade direkt den zu finden ähm schafe oder oder ziegen ziegen gehen auch die geben auch wohl ja äh ich will nur ins haus geht das nehm ich mal die fackel noch so jetzt ok wischeregale könnten wir dann auch mal mitnehmen ok sind zumindest keine monstern also ganz ganzes dorf ohne irgendwelche loot ok naja beim ersten mal ok dachte schon ein eine ziege oder so ok irgendwie fehlen die monster da oben sind ein paar zombies gut hier ist auch leider nichts ein metzger ok leider auch nichts hier drin rosina cooler name ich habe eine rosine gefunden und habe sie geheiratet was ist denn das eine sau eine mega sau eine kuh sieht aus wie eine sau aber ist eine kuh oh ein friesischer bulle jetzt wird mir alles klar von hinten sehen halt die teile immer gleich aus aber sieht mir irgendwie eine also die schweine sind ja manchmal so braun noch gefleckt cool aber ok da ist irgendwas generiert worden wir schauen mal auf die map ja also ich möchte eigentlich nur tag machen aber es gibt kein einziges bett im dorf kann leider jetzt gerade nichts machen ähm ja ja keine ahnung aber schönes survival bei einem rollenspiel wir haben schwierigkeiten ja im dorf möchte ich schon bleiben aber ich möchte natürlich nicht in der nacht irgendwie haben wir noch genug holz dann können wir uns runter kramen jetzt kramen wir uns einfach hier durch den berg runter und dann haben wir schon etwas erreicht was sonst ja nicht ginge ok sand ist auch ein bisschen versteckt und das ist gab russ an dass es gibt auch unterschiedliche sand das ist mega geil also ja eben die motivation von den mods ist nicht immer so extrem aber durch das rollenspiel das wir dann auf dem server und so machen müsst ihr natürlich auch nicht so mega schnell vorwärts kommen das spiel durchspielen und so weiter sondern ihr macht das langsam und genüsslich und habt dann viel länger und mehr spaß und könnte es eben länger spielen das spiel das ist das wichtigste oder damit wir ja auch einen servo haben wo langzeit motivation bieten wenn ihr nicht alle berufe machen müsst ihr zum beispiel müsst ihr dann nicht mehr meinen weil es in meiner macht ihr könnt zum beispiel euch für irgendwas entscheiden zum beispiel ein weber ging ja auch für die bahn wir brauchen viele bahn für die königreich wir machen dann pvp und rvr und das natürlich abgesprochen bitte niemand angreifen der einfach nur wählen möchte also was könnten wir machen eine eimer wäre noch nicht schlecht und ja wir müssen noch ein squisher machen also ein bisschen stein brennen mache ich noch mal einen ofen so der trago weiß was machen muss der trago ist mein avatar er ist die böse seite von mir die stimme verliert und da ich nämlich ja nicht gerade böse sein kann ist das einfach meine ausrede so ich wollte eine truhe machen aber wir haben dann wenig holz na gut also einfach mal ja am anfang ist sie einfach ein bisschen sachen reinlegen die jetzt nicht unbedingt nötig sind kommen die sachen brauche ich momentan nicht ich kenne es ja und bergmannsblume brauche ich auch nicht steinspitze und die bracelet so ok also bis jetzt ist das spiel sehr ausbalanciert aber sobald ihr anfängt irgendwelche endemänner oder drachen anzugreifen dann wird es ein bisschen schwer also ihr könnt jetzt nicht einfach zum ende drücken gehen und dann ihn besiegen weil es eine art rundspielsystem mit diesem meinen slash mod gibt er hat noch ein bisschen unbalanciert ist was es nicht genau wie weit der mod ist ich kenne hat er auch kam aber es gibt manche dinge die extremst op sind oder op werden von anderen mods also ein drachen der hat schon mal 1200 leben ich weiß jetzt nicht wie viel herzcontainer das sind durch 10 ungefähr ja 72 ja unter 20 also ja das ist natürlich schon ein bisschen knackig also da muss man wahrscheinlich reden dann geht ja nicht anders oder das stellen wir alles ein das kann man hier auch eine mod option natürlich anstehen wir gehen mal auf wo ist es da konfig ja clients ich kann leider diesen skill baum nicht aufmachen ich muss da auch noch mal wissen wie man genau also wie das hier bei den optionen bestehung heißt überhaupt ich habe hier die sachen die drei wenn ich die ausfüllen kommt zum beispiel ein schwarzer bildschirm mit not a map world dann kommt da das zeugs hier und hier oben in f6 kommt auch nochmal not a map world genau das ist team aber es gibt sonst leider kein ski tree keine ahnung was da noch nicht so stimmt oder was ich falsch mache ah der gnei ist der zum bauen oder so benutzen ja ok es ist leider noch eine kleine höhle auf dieser seite ist aber sicher mehr los jetzt fehlen mir ein bisschen die monster die spawnen mir ein bisschen zu wenig hier unten wahrscheinlich sind sie halt alles an der oberfläche das sieht aber auch gut aus ein gneis cobblestone gibt es auch nein ein gneis eigentlich cobblestone sand sieht sicher cool aus können wir gleich mal suchen ob es den gibt und da kommt der sand wieder runter ok na skeleton wo bist du hin ok hier haben wir wasser sehr gut da das kräfte sind halt schon sehr stark am anfang hm könnten wir ja nicht besiegen komm Chiron was ist das noch ein skele ok es ist leider zu dunkel ah wow ok wir haben recht viel verteidigung scheinbar noch ein skele ist hier ein spawner oder was so endlich mal action ja also eben die verteilung ist halt riesig wir haben sehr viele blöcke und so weiter kann schon sein dass man ein bisschen weniger monster spawnt aber schert ok eigentlich auf 7 und so ist eigentlich sehr viel los hm gut noch ein bisschen eisen wieder mitnehmen und dann direkt mal wieder zum ofen gehen bevor wir weitersuchen wir müssen überleben meine challenge in diesem let's show ist es eigentlich nicht zu sterben stopfen wir das ja wir kriegen immer teuer an ich darf nicht sterben sonst ist das zeigst nur in meinem Utah wieder das ist gemein gemein für die monster deshalb darf ich nicht sterben beste Ausrede ever ok ähm die zombies mal nicht angreifen sonst kommen noch mehr zombies gehen wir nach oben machen hier mal zu ja das ist leider sand und hier oben ok jetzt ist wieder tag sehr gut also alles mal hier rein was wir jetzt nicht brauchen weil wir müssen jetzt natürlich noch an den kommen äh an sag schon er holz äh m ist es klar äh ok hier Komma Komma habe ich es gemacht weil schon immer part of j und das ist nicht so toll zu erreichen äh äh lager 1 so also wichtigste ist jetzt holz bücher egal können wir auch schon mitnehmen ok keine monster ne ne gut ja du hast viel gras in der hütte he Orlando Bloom hm ok hallo greifst du mich an wenn ich hier nein hallo ich will nur nein er tötet mich nein was ist denn das er greift mich einfach also der greift äh ich greife einfach ihn an obwohl ich auf den push ziele das ist ja schlimm ok dann gehen wir lieber noch ein bisschen weg von ihm der böse Bulle hilf mir doch Metzger bitte äh wo ist deine Druckpistole du musst mir mit dem Schwert helfen ach komm schon ok wir haben ein bisschen holz hier ich bin zu faul darüber zu gehen tut mir leid liebe Dorfbewohner aber ihr werdet von Spielen zerstört ja das war ein schönes Dorf aber eben ihr habt es nicht verdient ihr habt keine Betten kein Loot da müssen Spiele einfach gemeint sein Kürbis ok Kürbis möchte ich schon mitnehmen aber ich denke man findet schon genug wir lieber jetzt mal ein bisschen Wolle finden äh ja ich schaue mal noch kurz auf die Zeit 24 Minuten ok wenn wir Wolle haben machen wir mal kurz Pause wir haben Wolle ah da ist noch ein Zombie der nicht verbrennt ok Zombie was ist mit dir los du bist Ankömmner du verbrennst nicht weil du äh ja nicht mehr so selten bist warte also Ankömmner ist wahrscheinlich irgendwie magisch bei Diablo sorry wie die zu scheinen wie die zu scheinen ja muss ich dich heilen ok da oben ist es oh nein das war ja gar kein kleines weiß ich wo das kleine hin ist ok es geht wir haben äh weiße Wolle bekommen ok manchmal bekommt man so ganz verschiedene Wolle drei weiße Wolle nein drei weiße Tauben sind nicht mehr tschüss äh das war das Lied von EAV schön Werbung machen gut ok dachte schon das wäre 3D ich brauche ein 3D Texte-Pack ok ok weißer Schlafsack das ist das was wir brauchen Sodele jetzt machen wir das noch auf hier Molten Skiver Landing Very Weakening es macht sehr schwach die Gegner oder was oder wie hier ob das ist nur so ein Angriff ok es ist nämlich so ein Combat Mod drin der eben diese Schwinge macht aber es ist natürlich nicht so toll mit anderen Mods zusammen die so ja das eigentlich aushebeln oder also der Mod der von dem das wert ist steht leider nicht ähm der macht das das kampfsystem nicht funktioniert von äh combat oder so weiß jetzt nicht wie der Mod heißt combat bitte combat rebirth coole Stute oder Hengst wir gucken mal kurz was das ist also das Pferd muss ich zähmen ja das ist eine Stute genau richtig gesehen ich bin Profi im erkennen ich habe einfach Stute gesagt weil es besser tönt als Hengst ja das ist ein bisschen leichter zu sagen so wir haben hier oben links das grüne ist unsere Hangar Anzeige ist nicht mehr es sind keine Köln mehr Köln sind alt ok äh kommen Charme was ist denn Charme kommen denn Essen und Charme ist natürlich so ein Zauber auf Deutsch ja kann man denn irgendwie equipen das ist glaube ich eine Nebenhand hast du eine Medaille ah ja Bubble Talisman ok Bubble Bubble.com ei ich der eigentlich keine Werbung machen will muss natürlich Werbung machen zweimal ei 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 ok also Geistehöhle hier aber das machen wir dann im nächsten Part Dankeschön fürs Zusehen ich hoffe es kommt noch ein Part heute oder morgen dann äh weil ich natürlich auch sehr viel zu tun habe und dann auch am Abend meistens Livestream weil ich habe jetzt ungefähr einen Monat lang jeden Tag und für 6-7 Stunden mindestens gelivestreamt manchmal bis zu 12 Stunden 13 Stunden und das war ein bisschen too much für meine Psych also für den Stress und deshalb ja mache ich einfach ein bisschen weniger am Abend und konzentriere mich halt eher ein bisschen auf Minecraft weil das wirklich mein Lieblingsspiel ist und auf Roblox mal schauen wenn ich den neuen PC habe mal noch andere Spiele zeigen immer in die Kommentare oder beim Livestream live schreiben was ihr denn wollt und ja ich bedanke mich fürs Zusehen eben die Qualität steigert sich noch von Video zu Video also wenn ich den neuen PC habe seht ihr dann 4K Videos und so bald mal 8K Videos vielleicht ja also die Qualität alles steigt als nächstes nach dem PC kommt das Mikrofon dran und dann habe ich auch gute Stimmqualität so dann sind wir 29 Minuten beschäftigt gewesen danke fürs Schauen und bis zum nächsten Video vielleicht und das ja anschauen Tschüss